Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Installation von R. Für die Installation von R benötigt ihr zwei Programme. Einmal R-Base, also die Basis, und als Bedienungsoberfläche R-Studio. R-Base erhaltet ihr vom CRAN-Server. Den CRAN-Server findet ihr unter der Webadresse cran.r-project.org. CRAN steht für The Comprehensive R Archive Network. R-Base könnt ihr direkt downloaden, indem ihr dem Link für euer jeweiliges Betriebssystem folgt. Ich folge Download R for Windows, weil ich eine Windows-Maschine habe. Für mich wird es auch sehr leicht gemacht. Man sieht hier, R-Base soll heruntergeladen werden. Install R for the first time. Ich klicke drauf und komme auf die nächste Seite. Zur Zeit bietet mir der CRAN-Server die Version 3.6.1 für Windows zum Download an. Ich klicke darauf und R wird heruntergeladen. Starte ich so dann die Installationsroutine, wird R auf meinem Computer installiert. Das spare ich euch jetzt, das ist vollkommener Standard. Ist R dann installiert, findet man R über das Programmmenü unter dem Buchstaben R. Und dort findet man zwei Versionen. Einmal die Version R i386 und die Version R x64. Die Version i386 ist für Maschinen mit Intel-Prozessor. Die andere Version für Maschinen mit AMD-Prozessor optimiert. Startet man dieses Programm, startet sich die R GUI, also eigentlich die Grundversion. Diese ist allerdings noch nicht besonders komfortabel bedienbar. Die machen wir schnell wieder zu. Neben R-Base installiert man üblicherweise R-Studio. R-Studio erhält man unter rstudio.com. Dann landet man auf dieser Seite. Auf dieser Seite findet man Verlinkungen zum Download von R-Studio. Auf der nächsten Seite wird man aufgefordert, die entsprechende Version auszusuchen. R-Studio Desktop für den Privatanwender ist in der Regel frei. Klickt man auf Download, kommt man zu einer ganzen Liste an möglichen Download-Links. Da geht es nun darum, das eigene Betriebssystem auszusuchen. Wie gesagt, ich betreibe einen Windows-Rechner und klicke deswegen auf R-Studio for Windows. Auch dieses Programm wird nun heruntergeladen. Dies dauert einige Sekunden. Startet man die Installationsroutine, läuft eigentlich auch wieder alles standardmäßig. Das überlasse ich euch gerne selber. Ist R-Studio nun auf eurer Maschine installiert, findet ihr R-Studio genauso wie R unter den Buchstaben R im Startmenü. Hier ist nun R-Studio installiert und ich kann R-Studio von hier aus starten. Ich persönlich mache es mir sehr einfach und habe mir R-Studio als Link auch in die Taskleiste gelegt. Herzlichen Glückwunsch! R und R-Studio sind nun auf eurer Maschine installiert und ihr könnt loslegen.